Guten Morgen meine Damen und Herren, ich grüße Sie mit einer weiteren Ausgabe des Videostrategie-Tickers vom Frankfurter Börsenbrief heute am Mittwoch, dem 1. Juni 2011. Gestern waren es freundliche Märkte, der DAX gewann 1,86%, auch der Eurostoxx 50 klar fester mit 1,69% auf der Gewinnerseite, der S&P 500 in den USA legt um 1,06% zu. Also ein positiver Börsentag, der durchaus auch in den kurzfristigen Rahmen passt, dass wir nämlich zunächst eine gewisse Erholung bekommen werden. Wir sind mittendrin oder sind schon dabei, ich glaube es ist nach oben auch noch nicht ganz ausgereizt. Und die Stärke in Europa geht wohl auch auf das Konto von Hoffnungen, dass die geplante Hilfstranche für Griechenland doch noch zustande kommt. Details dazu scheinen noch nicht draußen zu sein, aber sie werden wohl in den nächsten Tagen kommen. Und ich gehe auch davon aus, dass man sich zumindest auf einen gewissen Deal verständigen wird, vielleicht so ein Last-Minute-Deal, aber dass dann doch diese Tranche gezahlt wird oder irgendwie eine geartete Tranche gezahlt wird, von wem auch dann immer. Und dass hier zunächst eine allerdings sehr kurzfristige Lösung gefunden wird. Längerfristig ist das Problem weiterhin bestehend. Griechenland ist der Zugang zu dem Kapitalmarkt verwehrt. Das ist die Herausforderung. In der aktuellen Ausgangslage mit der aktuellen Verschuldungssituation ist kaum zu erwarten, dass in näherer Zeit privates Kapital groß nach Griechenland zurückströmt oder dorthin strömt und das Land damit aufhängt. Insofern also hier, wenn eine Lösung gefunden wird, ist sie eher eine temporäre, kurzfristige Lösung und keine wirkliche, finale Lösung der Problematik. Aber auch die kurzfristige Lösung könnte natürlich helfen, dass der Markt noch ein wenig nach oben läuft. Im DAX erscheinen durchaus 7.400 bis 7.500 Punkte denkbar. Außerdem wurde berichtet über die Inflationsentwicklung in der Eurozone. Die Jahresrate ging nämlich leicht zurück im Vergleich zum Vormonat um 0,1%. Das ergibt einen Inflationswert von 2,7%. Vorher waren es 2,8% gewesen. Das ist zwar positiv in der Richtung, aber es liegt immer noch klar über dem Zielniveau der EZB oder dem Zielbereich der EZB. Denn für die EZB heißt Preisstabilität eine Inflationsrate von bis zu oder nahe 2%. Weiteres schlaglich die Arbeitslosigkeit in der Eurozone. Die Arbeitslosenquote im April betrug 9,9%. Das bedeutet etwa 15,5 Millionen Menschen sind ohne Job. Allerdings gibt es regional und bezogen auf die einzelnen Ländern deutliche Unterschiede. In Deutschland haben wir ja einen sehr festen Arbeitsmarkt. Noch stabiler und fester ist der Arbeitsmarkt allerdings in Ländern wie zum Beispiel Niederlande und Österreich mit jeweils 4,2% Arbeitslosenquote nur. Andererseits eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, zum Beispiel in Spanien mit 20,7%. Kommen wir zu Aktien bzw. Unternehmen Nokia. Leider mit negativen Schlaglichtern oder Schlagzeilen. Der frühere Handy-Highflyer kann die Jahresziele nicht aufrechterhalten. Man hat einfach die Kurve so ein bisschen verfehlt. Es ist aus der Kurve geflogen in Bezug auf die technologischen Neuerungen. Beziehungsweise man ist einfach nicht so hip wie zum Beispiel ein iPhone oder andere ähnliche Produkte. Und so kämpft Nokia etwas verzweifelt gegen die Konkurrenz an und macht damit eigentlich keine sehr gute Figur. Gegen Ende April war ja schon der Abbau von 7.000 Stellen angekündigt worden. Außerdem wurde eine strategische Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt gegeben. Aber im Grunde genommen tun sich ja hier zwei schwache Player in diesem Handygeschäft zusammen, sodass man durchaus nicht unbedingt erwarten kann, dass hier die Summe von 1 und 1 tatsächlich viel mehr als 2 ergibt. In einer solchen Ausgangslage sollte man Aktien lieber meiden. Man kann schlecht überblicken, wann Nokia hier endlich wieder die Kurve bekommt und ob man technologisch in näherer Zeit mal wieder aufschließen kann, Produkte rausbringen kann, die wirklich konkurrenzfähig sind zu Produkten von Samsung, von HTC oder eben Apple auch. Insofern die Aktien bitte meiden. Schlaglicht aus Deutschland. VW bietet jetzt offiziell oder möchte offiziell bieten 95 Euro je Aktie bei MAN. Die Frist läuft bis zum 29.06. Die angedienten Aktien sind noch Dividenden berechtigt. Es wird ja voraussichtlich eine Dividende von 2 Euro geben je MAN-Aktie. Sie müssen das Angebot nicht annehmen. Ich halte dieses Angebot für nicht sehr interessant. Und die Perspektiven von MAN rechtfertigen höhere Kurse. Ansonsten Morphosis. Bei Morphosis startet das Aktienrückkaufprogramm. Ich habe dazu heute Morgen schon ein Update auf unserer Internetseite eingestellt. Bitte ergänzt uns zu diesem Ticker dann auch dort hineinschauen. Dann weiteres Schlaglicht. Medion. Die chinesische Lenovo bietet 13 Euro. Der große Aktionär Brachmann will auch verkaufen. Der hält knapp 36,7 Prozent. Damit dürfte der Deal auch mehr oder weniger durchgehen. Grundsätzlich wollen die Chinesen alle Anteile, mindestens aber 51 Prozent. Das ist ein interessanter Schachzug, der ganz gut zu unseren bisherigen Äußerungen passt. Und es würde nicht verwundern, wenn auch in näherer Zeit andere chinesische Unternehmen hier den Weg nach Europa finden und für einzelne ausgewählte Unternehmen bieten, Gebote aussprechen, um Zugang zum Beispiel zur Technologie zu bekommen oder eben auch, um Marktanteile zu gewinnen, überhaupt eine offene Tür in einzelne Märkte hinein zu gewinnen. Schauen wir auf den Terminkalender. Für heute war bzw. ist angesetzt eine ganze Reihe von Einkaufsmanager-Indizes für einige Länder, also zum Beispiel Italien, Frankreich, Deutschland, die Eurozone ferner. Dann am Mittag unserer Zeit, 13.30 Uhr, US-Challenger-Report Mai, das ist für die USA, 14.15 Uhr ebenfalls USA-EDP-Arbeitsmarktbericht Mai, 16 Uhr dann ISM-Index Mai und gleiche Uhrzeit, also 16 Uhr Angaben zu den Bauausgaben April in den USA. Abschließend. Der DAX zeigt kurzfristig eine positive Perspektive, er läuft damit sozusagen plangemäß, wenn man das so ausdrücken will. Gleichwohl agieren Sie bitte selektiv. Nach dieser Stärkephase, die wir im DAX bekommen, ist durchaus möglich, dass wir erstmal einige etwas holprigere Wochen bekommen, auf die man sich ein wenig einstellen sollte. Es gibt immer noch sehr interessante Möglichkeiten, aber die sollte man im jetzigen Umfeld doch eher im Bereich der Spezialitäten suchen und auch bei ausgewählten Derivate-Spekulationen. Ergänzend bitte unbedingt den Frankfurter Börsenbrief zur Hand nehmen, auf den möchte ich hier an dieser Stelle verweisen und bin damit auch schon wieder am Ende des heutigen Tickers. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten Börsentag, morgen einen guten Feiertag. Es wird hier an dieser Stelle keinen Videostrategie-Ticker geben, dann am Freitag melden wir uns wieder. Das war's für heute. Alles Gute Ihnen, Walter Tissen. Vielen Dank. Vielen Dank.